Lektion 270, ein Kurs in Wundern, Kreutow Verlag Ich will des Körpers Augen heute nicht verwenden. Vater, Christi Schau ist deine Gabe an mich und sie hat die Macht, all das, was des Körpers Augen sehen, in den Anblick einer Welt zu übersetzen, der vergeben ist. Wie herrlich und anmutig diese Welt doch ist! Doch wie viel mehr werde ich in ihr wahrnehmen, als die Sicht geben kann? Die Welt, der vergeben ist, bedeutet, dass dein Sohn seinen Vater anerkennt. Seine Träume der Wahrheit überbringen lässt und voll Erwartung auf den einen verbleibenden Augenblick der Zeit noch wartet, die für immer endet, während die Erinnerung an dich zu ihm zurückkehrt. Und nun ist sein Wille mit dem Deinen Eins. Seine Funktion ist jetzt nur deine eigene. Und jeder Gedanke außer deinem eigenen ist vergangen. Die Stille dieses Tages wird unsere Herzen segnen und Frieden wird durch sie zu einem Jeden kommen. Christus ist heute unsere Augen und durch seine Sicht bieten wir der Welt Heilung durch ihn an, den Heiligen Sohn, den Gott ganz erschaffen hat. Den Heiligen Sohn, den Gott als Eins erschaffen hat. Ich will des Körpers Augen heute nicht verwenden. Er macht einen. Vielen Dank.